Hallo, mein Name ist Johannes und heute ist deine erste Gitarrenstunde vielleicht. Heute werden wir einen Song lernen mit zwei Akkorden, C-Dur und G-Dur und den kennt man bestimmt, Yellow Submarine von den Beatles. Juhu! Okay, ja, Entschuldigung für mein schlechtes Englisch, aber gut, muss reichen. Also, wir brauchen C-Dur, ja, fünfte Seite auf der A-Seite, Ringfinger, dritter Bund, Mittelfinger, vierte Seite, zweiter Bund und Zeigefinger, zweite Seite, erster Bund. Also, Ringfinger, fünfte Seite, dritter Bund, Mittelfinger, vierte Seite, zweiter Bund und Zeigefinger, zweite Seite, erster Bund. Wow, ja, gar nicht so einfach. Also, C-Dur. Super. Und G-Dur, Mittelfinger, ja, sechste Seite, dritter Bund, Zeigefinger, fünfte Seite, zweiter Bund und Ringfinger, erste Seite, dritter Bund. Also, Mittelfinger, sechste Seite, dritter Bund, Zeigefinger, fünfte Seite, zweiter Bund und Ringfinger, erste Seite, dritter Bund. G-Dur. Gut, ja, um das zu üben, zweimal C, viermal G, zweimal C. Also, C, 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 G, 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 C, C, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Okay, super. Am Ende des Videos habt ihr einen kleinen Backing Track, um das ein bisschen zu üben. Und ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, ein bisschen die Gitarre kennenzulernen. Viel Spaß bei der Musik, genießt die Musik und bis bald. Tschüss. 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 Yellow submarine, yellow submarine We all live in a yellow submarine Yellow submarine, yellow submarine We all live in a yellow submarine Yellow submarine, yellow submarine We all live in a blue line Bis zum nächsten Mal.